Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Technical Asset. Ja, auch mal wieder was zum Aufnehmen, habe ich ja in der letzten Zeit weniger gemacht. Aber dadurch, dass ich ja was das ME-System relativ weit hinten bin und den anderen Leuten im Projekt, werde ich das jetzt mal machen. Und ja, das dauert halt relativ lang und deswegen habe ich mir gesagt, dass ich das als Schnelldurchlauf mache und das halt aufnehme. Und das werde ich jetzt machen und einfach hinten dran schneiden. Finde ich krass. Und ja, wünsche ich euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. People, are you ready? People, are you ready? Oh motherfucking you Oh yeah, oh yeah, oh yeah Oh motherfucking you Oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah Bis zum nächsten Mal. 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 I can feel it, it's a cold now, so I still feel so light I can feel it, every time I look into those eyes Tell me is it really gonna storm again? Will the sky turn dark, will the rain begin? I wanna be with you and have a light that says Cause I know that it's gonna be blue skies for you who I like We'll step out of the shadows and walk into the light Yeah, it's gonna be blue skies for you who I like We'll step out of the shadows and walk into the light I, 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 I I clear, I'm afraid I clear, I'm clear, I'm afraid I'm the clouds roll over Outro 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 Blue, Blue, Blue clear and bright Blue, Blue clear and blue and bright Blue, Blue, Blue clear and light It's gonna be alright Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020